Servus Elder Scrolls Freunde, willkommen hier zum nächsten Video und ich möchte euch hier einmal zeigen, wo bekommt man die Malacat-Steel-Seiten her und die Malacat-Steel-Steine. Ich befinde mich jetzt hier einmal in Orsinium vor dieser Taverne. Ich kann hier einmal ganz kurz rauszoomen, dass ihr das besser sehen könnt. Einmal überhalb der Stadt und dort in dieser Taverne können wir dann einmal die Weltenboss Daily annehmen. Ich kann es euch hier kurz einmal zeigen. Dann ist da eine Quest-Marke in der Ecke über dieser Frau, Verteilerin täglicher Aufgaben und die gibt uns eine Weltenboss Daily. Wichtig ist, den Weltenboss kann man eigentlich nicht alleine machen, man sollte schon mindestens vier Leute sein. Es sind dann immer hier diese Totenköpfe und dort müsst ihr eben die Quest abschließen und wieder zurückgehen. Wichtig ist noch, wenn ihr diesen Boss getötet habt, habt ihr eine kleine Chance, dieses Stilmaterial zu bekommen, das heißt Kali. Das kann ich euch gleich zeigen, wie das Ganze aussieht. Dann rufe ich einmal hier meinen Bankier und zwar greifen wir dann hier jetzt einmal kurz zu. So sieht das Ganze aus. Kali, einmal, ich habe es schon viermal gelootet und bestimmt schon 15 Bosse gelegt, also man kriegt es auf jeden Fall nicht so häufig. Und dann, wenn ihr einmal die Quest hier abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier einmal einen kleinen Behälter. Und zwar hier, Entgeltbehälter von Vodka und wenn ihr dort drauf geht, habt ihr die Chance, eine Malakatz-Seite, Stilseite einmal zu bekommen. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Amen. Amen.